Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Dieser Satz, fürchtet euch nicht, kommt zigmal im Alten und Neuen Testament vor. Weil immer dann, wenn etwas Neues heranbricht, eine Unsicherheit entsteht. Doch wir brauchen uns nicht fürchten, weil Gott für uns sorgt. Wir dürfen den Weg mit Gewissheit gehen. In jeder Situation, wenn etwas unser menschliches Denken durchbricht, entsteht Unsicherheit. Die Unsicherheit wird bleiben, aber mit dem Zuspruch, fürchtet euch nicht, es wird alles gut. Und gibt es uns eine Ruhe. Fürchtet euch nicht, was kommen mag, denn Gott, der Herr, ist bei uns. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht.